Hallo und herzlich willkommen bei Dead by Daylight. Heute leider wieder in Dreierrunde. Wir machen schon wieder Survival. Schon wieder bei der Tobi. Der Tobi ist leider gerade, der ist sehr unpässlich. Der Tobi, was hat der nochmal Curry? Was denn? Was hat der Tobi nochmal? Durchfall mit Mais? Ja, nein. Alter, Alter. Das kam jetzt aus der Pistole. Nein, der hat Durchfall. Nee, der hat Maisdurchfall. Der hatte zu viel Mais gegessen. Und dann diese Soße aus der Dose getrunken auch. Die Soße aus der Dose. Und deswegen hat er jetzt Flitzkacke immer so mit Maiskörnern. Die verdaut der menschliche Körper. Ich glaube, das ist einfach nur eine Ausrede. Ich weiß es nicht, aber er hat es so detailliert beschrieben, dass ich ihm das schon glaube. Die Tobi, die Tobi-Maschine. Hör auf damit, lass das jetzt. Mit geschmolzener Butter. Oh. Ja, also wir machen jetzt noch ein paar Survival-Folgen. Und wir haben so überlegt, ich glaube, das kann ich jetzt schon mal vorwahren. Wir haben überlegt, wir werden das Ganze bei Daylight Let's Play ein bisschen auflockern. Abbrechen. Indem wir vielleicht... Abbrechen. Tschüss. Letzte Folge. Ciao. Nein. Ich würde so heulen. Nee, aber wir haben überlegt, ob wir zwischendurch ein paar andere Spiele noch einstreuen, weil wir haben noch zwei gefunden, die wir gerne zusammen machen würden. Tobi auch, der weiß das noch nicht. Der hat der Maisdurchfall. Also auch in der Art, und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Leute auch gefallen, also ihr ja auch, ne? Ja. Tobi, wo ist du? Eine Hommage an mich. Der düngt wahrscheinlich gerade. Oh, wen haben wir denn da? Hi. Wir machen ja Teamwork. Ach, das sind die Beide. Ja. Cool. Nein, das ist... Nein! Oh mein Gott! Jetzt hat die... Nein! Oh mein Gott, jetzt hat die... Nein! Oh mein Gott, jetzt hat die... Nein! Oh mein Gott, jetzt sind die Kraft! Wie der Curry so... Oh mein Gott! Und da guckt der Kopf da so raus. Oh mein Gott, sie rückt wieder runter. Das ist die... Sie hat die... Es ist die Nurse, ne? Habt ihr das gehört? Ja. Ja, das Schreien. Und du hast coole Schuhe an, Thomas. Ich kann gerade nicht. Ah, ich hab was ausschauen. Finde ich echt fancy. Ja, ne? Ich will die haben. Das sind meine Schuhsies. So, wir machen heute wieder die Entenfamilien, ne? Uu, 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 uar, ua, 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 ua... Uu, ua, ua... Ua, ua, ua. Ua, 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 ua. Das ist sehr unauffällig, man wird das bestimmt nicht kriegen. Ne, das ist ja gut... Also, wir müssen... Hier ist noch, hier ist noch ein Generator. Wir müssen... Was können auch auf jeden Fall nicht alle kriegen? Ja. Wir mussten wieder auf dem russischen Generat... äh, Generator spielen. Wir mussten noch mal in dem russischen Generator spielen. Weil wir in Deutschland keinen Connect kriegen. Oder... Oh nein. Aber, es ist ja hier alles gefixt. Oh nein. Versteckt euch, versteckt euch, kleine Enten! Ich auch. Oh mein Gott, sie kommt, sie kommt. Nein, das bringt doch nichts. Das bringt doch gar nichts. Doch, das bringt was. Ich weiß nicht, warum ich das tue. Warum hat sie sich denn nicht teleportiert? Ich will mir einfach alles tun, was bringt. Ich kann nämlich nicht gesehen haben. Ah! Oh! Ich sah es die ganze Zeit wieder. Oh nein, nein, nein. Sie haben mich nicht gesehen. Was? Wie? Sorry, ich will nicht so laut sein. Wie nennen wir denn unseren Mitspieler? Ich müsste ihn mal suchen. Ich würde ihn gerne heilen. Wie nennt er denn unseren Mitspieler? Der hat Segelohren. Guck mal, der hat Segelohren. Oh, Stärzchen. O. Oh, Scheiße, da kommt sie. Ne, bei uns ist sie nicht. Ich hab mich total gut versteckt, bei mir ist sie. Okay! Oh! Entschuldigt wenn ich manchmal zu laut bin oder so, ich will das nicht. Sie, sie ist im Haus. Sie ist da beim Haus. Ja, ja. Ich sehe sie sie. Sie hat mich grad verfolgt. Oh mein Gott. Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Sie biebt sich! Ah! Oh mein Gott! Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho.... Oh, da hinten hab ich glaub's hier gesehen. Kommt die hier meine Richtung? Nee. Hä? Oh, Mist. What the fuck? Was war das denn? KURRY, WICKER! Oh nein, warum hast du das getan? Oh, oh nein! Hä, sie hat mich nicht gesehen! Und sie stand im Rücken zu mir? Nee, sie hat mich gesehen. What are you doing? Me! Oh ne, Jammer! Oh, ey, ey, warte, ich heil dich, komm her! Sie ist noch in der Nähe. Sie ist hier noch in der Nähe gerade. Ich weiß aber nicht wo. Ah, jetzt nicht mehr. Ich bin am Arsch. Oh oh. Kann mich jemand heilen? Wurschtel? Ja, ich hab hier grad den anderen... Ja, es ist die Nurse. Ja, ja, was ist denn Wurrung mit der? Die hängt die ganze Zeit hier rum, wie so ein Clubhaus. Hey, wov... Hey Curry, Curry! Warte mal, nee, sie ist von hier irgendwo. Curry, warte, wir müssen erstmal weg. Ah! 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 Oh, nein Curry, nein, nein! Nein, 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 nein. Ich seh den Curry gerade. Ja, ich seh ihn auch. Curry, sie ist noch bei dir? Ja, ja. Ey, was machst du Pan? Ist hier der Pan ja gerade? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Los! Ne, jetzt hol sie mich, jetzt hol sie mich. Was machen die da? Oh, scheiße, ist zu mir leid, ich weiß nicht wohin. Die bringt mich um! Die bringt... Was? Die bringt mich um! Was? Ich seh das gerade, was? Die bringt mich um! Nein! Nein! Nein, lass sie ihn in Ruhe! Lass sie ihn in Ruhe! Wie kannst du nur? Du blöde Kuh! Oh Gott! Sie hat ihn getötet! Sie hat ihn einfach getötet! Wie kann man nur? Nein, aber sie hat ihn einfach getötet! Sie hat sie auf dich gesetzt! Ey, das war voll die Sterbehilfe! Oh Mann! Ich mein, sie hat sich auf ihn gesetzt, ist schon cool! Ne, aber doch nicht mit der Schimmel, also mit dem Ding da irgendwie... Boah, Curry und die Nerds haben zufrieden, ich glaube... Ey, was sollt ihr... Curry! Die hat mich einfach erwürgt! Einfach so! Okay, jetzt müsst ihr... Wir haben nicht mal... Was ist denn los? Die ist ja überall! Die ist wirklich überall! Wir haben jetzt vier... Wir haben jetzt einen Generatoren gemacht, das ist schon... Ja, ich mach gerade noch einen... Ich kann hier einfach nicht arbeiten! Ich kann... Ich kann hier nicht arbeiten, das ist also... Okay, sie hat O! Sie hat O! Sie hat O! Die bringt den auch um! 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 Ich verpiss mich, Alter! Ich mach mich so aus dem Staub, ich will hier nicht mehr... Die bringt euch alle um! Okay, warte! Äh, Thomas! Alter, wie krass! Ich kann tote Menschen sehen! Ey, die hat... Was hat die für einen Perk? Ja, die kann einfach alle umbringen! Ich will das auch haben! Wenn die Menschen da freundlich sind in Russland! Ich will das auch haben! Leute, ihr wisst... Wenn ihr liegt... Wenn ihr liegt... Dann seid ihr tot, ne? Dann ist vorbei! Da kommt sie! Scheiße, die ist bei mir! Fürs Pan! Nein! Warte, ruhig Pan! Nein! Nein, sie hört sich doch Pan! Du darfst... Du musst wegrennen! Du schreist doch! Und du machst Blut! Nicht bewegen, nicht bewegen! Nein! Jetzt hört sie doch nicht! Jetzt hört sie dich! Aber guck doch mal mein Blut! Okay, ich lenke sie gerade ab! Alter, wie ich blute! Ja, ich auch! Oh nein! Es kam einfach in die Blut von denen rausgeschossen! Alter, wie krass! Okay, wenn du liegst, bist du... Nein! Und das war's! No! 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 Okay! Thomas! Thomas! Du bist die Hoffnung! Ich will keine Hoffnung! Ey, die kann alle... Ich habe mir gerade spontan in die Hose gepinkelt! Die kann alle töten! Ohne... Ja, echt! Ohne Scheiße! Die krasseste Runde! Okay! Ja, Thomas! Der Tobi hat so ein Glück, dass er gar nicht da ist! Hau mal raus, Thomas! Warte mal ganz kurz! Ja, wie soll ich denn jetzt noch... Wie soll ich... Oh, 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 oh! Die hat wahrscheinlich auch einen Perk, dass du irgendwie, äh... Gewährt die Fähigkeit, mit eigener Hand alle Überlebenden zu töten! Alle! Sieht ihr mich hier? Ebenholz der Erinnerung, Alter, das ist so krass! Kann die mich hier sehen? Äh, warte, sie hat Schlammbinger... Wahrscheinlich eine Blut... Äh... Geil, 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 geil! Das war's! Alter, das gibt's gar nicht! Was ist denn das für eine olden Nurse? Du bist tot! Boah! Guck mal, jetzt sieht man das sogar ohne Busch! Wie cool das ist einfach, Alter! Boah! Oh, endlich sitzt eine Frau auf mir! Oh, geil! Oh, ha-ha! Guck mal, die ist schon ganz blutig, wenn ich mit ihr fertig bin! Oh, was? Guck mal, die! Ich strecke mich! Ich fühle mich ein bisschen... Was für eine krasse Nurse war das denn, bitte! Alter, das war ja... Ähm. Das hab ich noch nie erlebt! Also das fand ich jetzt... Ich hab voll den Hunde-Penis als Balken. Das ist... Das sind 4.000 Punkte, das hab ich 5.000. Ich hab 3.000. Wir wurden alle wieder zurückgesetzt. Man sieht es gerade gar nicht, aber wir sind alle wieder Level 2. Ja, Stufe 2. Ich kann grad nicht reden. Lass uns jetzt mal alle direkt upgraden. Boah. Okay, ich muss ganz kurz detektiv mit zu schlampiger Schlachter. Ja, das hab ich schon gemerkt. Unerbittlich. Okay, also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Zeig die Augen von sterbenden Überlebenden an, wenn du im Umkreis von 36 Metern. Die hätten mich über die ganze Map sehen können. Boah, also... Ja, das war sehr interessant. Oh Gott. Ich wollte gerade Holy Shit Worst Nurse Ever schreiben. Was? Oder Hacker. Ja, ja, oder so. Cheater! Nooo, dieser scheiß Antithos, ich kacke den ins Glas. Der hat einfach die wohlriechende Lorbeerrosen, die selten Opfer gab, hat er mir geklaut. Oh nein. Bei mir den skurrieren Stempel. Ich will jetzt aber die Blutstillungsspritze haben. Was? Ich will Level 20 und den dritten Perk Slot haben. Ich hoffe, der kriegt da nicht. Der muss erstmal hier runter. Ich gehe jetzt nur noch meinen Killer. Der Schatten kann... Kann der random hier rumwandern oder benutzt er das schwarze Netz im Hintergrund? Der kann... Der ist bei mir unten und oben und rechts macht er sich gerade auch bereit, aber da habe ich schon alles. Ist ein Arsch. Ist ein Arschloch. Ich glaube, der kann auch diesen schwarzen Netz... Der Intithos. Hallo, ich bin der Intithos. Ich bin der Intithos. Ich bin der Intithos. Ich bin so cool. Ich glaube, der kann diese schwarzen Linien aus dem Hintergrund benutzen. Das heißt, der kann alles nehmen, aber der muss erstmal hier rüber gehen. Deswegen hoffe ich, ich kriege das hier. Also das war jetzt schon interessant. Okay. Geheim küsst es weg. Wir schnappen uns nicht. Ich würde mir wünschen, dass wir sie nochmal haben, um ehrlich zu sein. Und dann... Und dann besser. Was? Doch, es gibt einen so einen Kick, das so richtig schön vorsichtig zu machen und dann, wenn man es schafft oder wenn wenigstens einer entkommt, würde ich mich so freuen. Ich finde, das... Ja, das stimmt. Das gibt nochmal so ein bisschen Würze in die ganze Sache. Da hast du recht. Die hat uns einfach so eiskalt weggeschlachtet gerade. Ja, deswegen hat man ja noch mehr Motivation am Ende. Das war keine Spielrunde, das war eine Metzgerei. Wir waren nur Spielzeug für die, so Ameisen. Was? Boah. Ich muss ein passendes Thumbnail machen. Ich bin jetzt schon überlegen. Ich muss auf jeden Fall irgendwas... Tobi darf diesen Perk niemals sehen bei der Nose. Nein. Nein. Tobi darf diese Folge niemals sehen. Oh man. Okay. Ich würde... Ja. Ich würde wieder einladen. Boah. Alter Schwänerlass. Das habe ich noch nie gesehen. Die lebt mein Traum. So möchte ich sein hier. Oh Gott. Ja, aber sind die Runden dann nicht furchtbar langweilig? Ich meine, du killst ja nur noch alle. Ja, ist echt so. Ich freue mich. Obwohl, du weißt ja nicht, wir waren jetzt halt Überlebende mit wenig Perks. Es gibt auch Überlebende mit viel Perks. Das ist bestimmt was anderes. Das stimmt. Ja gut, das stimmt. Okay, man muss übrigens sagen, die Lobby könnte jetzt länger dauern. Hast du dich mal gedacht so, oh jetzt war immer eine Aufwärmrunde. Und ist dann eben da durchgeflogen. Zack, zack, zack. Wahrscheinlich morgens noch irgendwie vor dem morgendlichen Blini. Hat den nochmal schnell kurz Dead by Daylight gestartet, neben dem Kochen. Ja. Boah, Blini gibt es ja auch mit Nutella, oder? Weiß ich gar nicht. War der gerade im morgendlichen Blini und ich dachte so, hä, Blini als Frühstück. Weiß ich gar nicht mit Nutella, weiß ich nicht. Was ist das denn die russischen Server, liebe Freunde? Da sind wir zu Hause. Hä? Was hat er denn für eine Weste da? Tobi? Was war's denn? Tobi war ein bisschen on tour. Nee, das ist Sticker Tobi. Sticker Tobi ist auch dabei. Sticker Tobi. Yay, Sticker Tobi. So. Weiter geht die wilde Fahrt. Wer hat denn jetzt fertig wieder weggemacht? War das Sticker Tobi? Ich glaube der Killer. Oder was weiß ich. Nee, nee, nee. Hä? Auf jeden Fall jemand Pech gehabt jetzt. Es wird für immer ein Mysterium bleiben. Primmel, Blütenkissen. Das ist von mir. Geil. Was bringt das? Da wirst du geil angeprimmelt. Moment mal. Da wirst du richtig geil angeprimmelt. Ach du Scheiße. Das war bei der Nurse gar keine Opfergabe. Das war ein Perk, oder? Das war ein Perk, ja. Nee, das war auf der rechten Seite. Oder war es doch eine Opfergabe? Nein, das war ein Perk. Das war ein Perk. Das war ein Perk. Aber das war abgetrennt von den anderen Perks. Kann es nicht sein, dass das die Opfergabe war? Ich muss gleich mal gucken, wenn wir fertig sind. Nein, das war ein Perk. Okay. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Es kann sein, dass es eine Opfergabe war. Aber ist es dann nur für diese Runde da? Oder ist es so lange da, bis sie irgendwie verkackt und einer entkommt? Eigentlich nur für die Runde, glaube ich. Ja, dann wird es sich aber niemals benutzen. Es wird wahrscheinlich auch schon 10.000 Mal in den Kommentaren grad stehen, wie es richtig ist. Nein. Ihr lernt das auch noch. Die deutschen Server sind auch gefixt. Wusstest du das? Ja, ja. Die sind gefixt. Habe ich tausendfach gelesen. Ja. Ich hab was gelesen, ich möchte das unbedingt mit euch teilen, ne? Ja. Und zwar hat jemand geschrieben, ich möchte das nochmal in den Kommentaren... Oh, nee. Hey. It's a ghost. It's a ghost. Was? Wenn wir jetzt sagen würden, das Spiel ist scheiße, dann spielt das niemand mehr. Nein, niemand spielt das nicht mehr. Nö. 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 Ich wollte daraus kosten werden. Siehst so die Familie, weiß ich aber nicht. Einen kleinen Jungen in einem wunderschönen Kleid. Was? Da vorne ist noch einer. Was? 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 Wann ist da hinten? Ahja. Da hinten ist er. Ich seh ihn gerade, wo er getragen wird. Tobi. Wo? Wo, wo, wo? Wo Warte mal. Ichitas hat, wenn du看看 avenues. Ich Ja, geh mal zum Thomas, er versucht grad, warte mal. Nee, ich geh zum Generator. Ja, ich seh den Geist, ich seh den Geist, ich seh den Geist, der tobt da hinten so ein bisschen rum. Soll ich den versuchen, mal hier wegzulocken? Okay, ich hab, huaaah, ich hab den Geist auch gesehen. Soll ich versuchen, den wegzulocken? Ich probier's mal. Ah, der will wahrscheinlich eh nicht gehen. Der Geist tobt da hinten durch die Gegend die ganze Zeit. Der tobt einmal da hinten durch die Gegend, da wo der Typ hängt. Ich hab den Monster holen. Probier's mal vielleicht, oh, der ist frei, was? Oh Gott, jetzt geh doch durch! Ja, könnte sein, dass die nächste ist. Ist der bei euch? Boah, ich muss grad so übelst pinkeln. Da ist der Geist, der läuft grad in Richtung... Naja, er holt den Typen, glaub ich, nochmal. Okay, dann könnt ich einen Generator und gut zu Ende machen. Hey, Pan! Hey, ich glaub, ich komm auch mal hier, ich mach mal mit. Nohnt sich gar nicht mehr. Nee, da, ich hab auch mitgemacht. Damit das mal klar ist. Schön, das gefällt mir. Schön, schön, schön. Diesmal klappt's. Boah, die Nürze, Alter. So 5% made by Panadouia. Boah, das war, das war der Hammer. Ich würde mich so wünschen, dass wir die nochmal sehen. Also nochmal den Spieler. Das ist so krass. Und dann muss einer aber mindestens entkommen. Egal wer. Jedenfalls. Zack. Wir müssen, wir müssen die Nürze ausfindig machen. Ki, Go, I, weise nicht mehr. 680 auf jeden Fall. Achso. Echt? Hilf mir! Warte. Ich erschrecke mich die ganze Zeit, weil das ist hier los. Nicht in den Schrank. Ja, okay. Nicht eröffnen. Huh. Nein. Nein. Curry, warum? Ich wollte ihn austricksen. Curry, warum? Curry, ich sag's mir, bitte nicht. Okay, der kann mich auf jeden Fall nicht umbringen. Okay. Das ist schon mal gut. Oh, das war so heftig gerade. Ich sollte aufhören, so zu schreien. Ich glaube, das... Oh, oh. Ach. Ich mag das sehr. Sorry. Aua. Das tut weh. Der kommt, der kommt, der hat dich gesehen. Der kommt zu mir. Der kommt zu mir. Er ist abgelenkt. Okay. Kannst du können, was macht ihr da unten? Wo seid ihr da? Okay, ich heilf uns den anderen hier unten. Einen Moment. So, sehr gut. Er ist immer noch hinter mir her. Ich hab meine Kulis in der Tasche. Ich will die noch benutzen. Und meine schöne, meine schöne Krawatte. Curry, ich bin auf dem Weg. Curry, 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 Curry. Okay, der jagt immer noch den Erik, glaube ich. Ja. Hey, 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 ihr könnt kommen. Okay, ich glaube, der andere hilft dir. Der andere hilft dir. Der andere hilft dir. Der andere hilft dir. Ich kann dich langsam erholen. Ich bin nicht mehr so... Ich kann nicht mehr so lange aushalten hier. Okay, ja, okay. Ja, ja. So, weg mit den Haken. Hier wird nie wieder jemand aufgehangen. Nie wieder. Fuck. Jetzt wollte ich ihn gerade eins auswischen. Oh nein, jetzt hat er... Okay, okay. Das hat viel zu lange gedauert. Keine Sorge, ich werde dich wetten. Sag Bescheid. Aber das Gute ist, wir haben Curry frei. Das ist das Gute. Ja, wir holen dich auch. Ich habe sogar einen Medipack. Oh, das ist genau ein Haken natürlich. Ich habe so die gewohnt, immer in der Nähe von Haken zu stolpern. Oh, oh, oh. Danke. Okay, ich bin geil. Ab geht's. Du bist geil? Ja, das auch, aber ich bin geheilt. Oh, Curry ist geil. Ich bin geil auf den Haken, auf den Fleischerhaken. Ge-ge-ge-geil? Wo ist er denn, der Geist hier? Okay, kein... Ich habe ganz leicht Herzklopfen. Ja, ja, ich merke es gerade. Faden, Vorsicht. Ich glaube, er kommt gerade wieder. Scheiß drauf. Er kommt? Na auf! Na auf! Oh nein, Mann! Fuck, ich bin genau in die Richtung gelaufen. Ich habe nicht gesehen. Okay, er ist offen bei mir, ja. Ja, mach du mal. Nein, Pannen, komm nicht zurück! Komm nicht zurück! Hol den, hol ihn, hol ihn! Ich, ich, ich... Oh mein Gott. Er kommt zu dir zurück? Ja. Ja, ja. Der wird mich jetzt auch hier aufhängen und dann... Nein, bist du dann tot? Nein, nein, ich bin doch nicht. Mit Glück kann ich... Ich kann noch ein bisschen Space drücken. So. Wo ist er? Wenn er mich ein drittes Mal hat, seid ihr frei. Siehst du ihn? Momentan noch nicht. Er macht dir irgendwo gerade eine Palette kaputt. Oh, 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 oh. Okay, nochmal. Schlag mich, schlag mich, schlag mich, schlag mich. Hä, der will... Der will nur den Verwundeten. Der will nur den Verwundeten schlagen. Der will... Der will den Zeilen schlagen. Du Assi, du kleiner Assi, du bist echt ein unfairer Geist. Ich kann ja einfach Leute töten. Ich glaube, der will mich einfach noch schnell aufhängen, damit er einen kippt. Ja, eben. Geht Generatoren machen, ist egal. Lass ihn fallen. Du lässt ihn jetzt fallen. Du kleiner Pisser. Alter, da muss ich doch nicht mehr verarscht bekommen, der arme Typ. Lass ihn jetzt fallen. Los, lass ihn fallen. Ich, Leute, ja, da... Ich mach... Ich mach ein Generator. Nein, du brauchst ihn jetzt nicht hinhängen. Ist schon frei. Hau ab. Hau lieber ab. Hau lieber ab. Ach, scheiße. Ja, schade. Schade, schade. Ach, fuck. Das tut mir leid. Nee, war nicht meine beste Runde. Aber besser als die letzte mit der Nurse. Das drück ich mir auch aufs T-Shirt. Oh, ist das doof. Was denn, war nicht meine beste Runde? Ja. Ey, so, ich schau gleich mal zu. Mein Elf. Wo ist der? Das Schöne, wenn man gestorben ist früh, dass man den anderen noch lange zugucken kann. Das find ich eigentlich ganz angenehm. Ja, ich auch. Man fiebert ja auch ein bisschen mit, ne? So, weg hier. Alle heilen sich ja grad gegenseitig, find ich sehr gut. Oh Gott. Bitte, bitte, bitte. Hau ab. Aber ihr habt gerade den Kopf im Rasenmäher, oder? Ja, ja, man muss ja auch mal nachdenken, ne? Das sieht so komisch aus. Ich muss mal kurz nachdenken. Ich auch echt. So. Aber du hast doch, du hast, ist er hier in der Nähe? Nee, doch. Ja. Das Geräusch. Ja, ja, ja. Ah! Oh mein Gott! Oh mein Gott, hau ab! Ich kann nicht laufen! Nein, ich bin weg! Oh mein Gott. Oh nein, oh nein. Keine Sorge, Curry. Wir holen dich gleich. Oh mein Sch... 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 Ja, der ist nicht, der ist nicht, der ist nicht so schlecht. Hä, wieso lauft der jetzt weg? Ach, der guckt nach anderen erstmal. Scheiße. Der ist nicht so, der ist nicht ganz so, also der ist so ein Ausgebuffter. Ich glaube, ich bin dann, ich bin dann tot, oder? Ich weiß es nicht. Nein, wieso soll ich so tot sein? War ich schon im Haken? Voll. Ah, super. Nein, es war nicht voll. Oh Gott. Oh mein Gott. Okay, ich versuche ganz langsam und normal die Space-Taste zu drücken. Nicht zu schnell. Nicht zu langsam. Der Geist, der Geist joggt noch ein bisschen am Dingensrum. Ja. Der beobacht die Curry gerade. Der sucht da ab nach Leuten. Also wenn, dann, dann, äh, also... Ja, ja, keine Sorge, ich bin auch nicht. Eieieiei, karamba. Wo ist der Tobi jetzt? Wo ist der Tobi jetzt? Er weißt du, er müsste mich retten jetzt. Warum hilft er dem nicht? Aber nee, er hat sich unsichtbar gemacht, also es ist... Er geht weg. Ja, der läuft herum, der läuft herum. Jetzt kommt er, jetzt kommt er, jetzt kommt er, jetzt kommt er, jetzt kommt er. Schnell, 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 schnell. Ich werde den Brau retten. Da ist er. Und er rennt natürlich erstmal hinterm Verwundeten her. Nein, lass mir Ruhe. Nee. Oder hinter Pan. Jetzt läuft er hinter Pan her. Oh ja, das fand ich echt gut. Das hab ich super gemacht. Nein, nein, nein. Keine Sorge, keine Sorge. Okay, was ist passiert? Er hat Pan vom Dingens geschnappt. Von der Dingens, von der Palette. Scheiße. Aber Grell tobt um den Geist rum, um ihn abzulenken, damit sie sich schneller freiwickeln kann, aber es sind immer Haken an der Nähe. Aber ich habe Glück am Haken, you know. Du hast Glück am Haken? Ach stimmt, du kommst ja immer frei. Komm, einmal noch, einmal noch, komm, komm. Ja, jetzt klappt es nicht. Wenn du es herausforderst, dann klappt es nicht. Nee. Dankeschön, Geräu. Oh, oh, oh. Nein. Dieser Geist. War trotzdem sehr nett von dir. Dieser Geist, der immer am Haken steht. Der Geist wird nicht allzu lange... Ich glaube, jetzt ist echte Zeitpunkt, wo ihr wirklich eher die Generatoren machen solltet. Unbedingt, unbedingt. Ja, ich suche gerade die Klappe. Ich finde sie nicht. Ja, verdammt. Bis jetzt, ja, du bist jetzt so. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. 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 Wahrscheinlich hat er wieder... Obwohl ich lege, ich lege, ich kann noch kämpfen. Wow, voll cool. Ganz noch kämpfen. Ist der, ist sein, ist der, der Grell in der Nähe? Ja, ja, der ist hier in der Nähe gerade. Ja, der steht genau hier vorne rum. Vorsicht, 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 Vorsicht. Ah, okay, das ist, ah, das ist der Grell, okay. Juh! Boah, der Grell ist echt super. Der ist echt super. Dankeschön, Grell. Mit deinem Grell. Was gut ist, der ist halt noch nicht verletzt. Oh nein, oh nein, oh nein, der ist genau wieder da. Boah, fuck. Er hat einen fürs Team genommen, der Grell. Ja. Curry, du solltest gleich vielleicht den Grell... Oh shit, wer ist das denn da? Ich. Lass uns heilen, lass uns heilen. Ja, komm her. Super. Komm, nein, nein. Komm. Curry, wir schaffen das. Okay. Curry, das hört sich schon wieder so falsch an wie hier, ey. Okay, erst weg, erst weg, Curry. Vielleicht hat er sich auch nur noch ein paar gemacht. Oh nein, der Grell wird gerade in den Keller gebracht. Okay. Jetzt bist du dran. Okay, Curry. Warte, wo ist er? Da. Oh, der hat schon die Hälfte. Scheiße. Ich... Okay, Curry, einer von uns muss Generator machen, einer muss versuchen, ihn zu retten. Ähm. Okay, Curry, das muss ich... Wir müssen, wir müssen, wir müssen. Geh! Oh nein! Curry, bleib drin! Nein. Wo gehst du hin? Oh, das ist so bitter. Gerade geil. Was passiert denn hier? Ich weiß auch nicht. Ich hab keine Ahnung. Folgt der dir? Ihr habt das für eins geheißt. Ich bin grad, ey, was ist das für eins geheißt? Der hat jetzt nichts gebrauchen, deswegen einer von uns muss leben. Oh, oh, oh. Alter, Grell ist hin, komm. Grell, geh, Grell, geh, 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 Achso, die Kahn hat ihn geholt. Okay. Oh nein. Grell, geh, 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 geh. Herr Geist, ich finde das wirklich nicht in Ordnung. Hey, Pan, willkommen hier oben. Oh nein, ich will nicht. Schön weich hier auf der Wolke. Ja, ich denke, willkommen in den Himmel. Ich will nicht. Oh, das war der Grell. Curry, du musst es schaffen. Curry, es liegt an dir. Es sind zwei Generatoren, wie soll ich die denn machen? Du schaffst das schon. Mach's doch so, äh, erstmal Anträge an die Generatoren. Und dann, obwohl, vielleicht geht's ja auch mit Luke. Ja. Da ist die Luke. Luke geht auch. Grell hat aber schöne Perks. Wir, wir spielen übrigens, äh, gegen Mr. Prickles, äh, Mr. Pickles und er hat, äh, keine Perks. Keine Perks? Das Spiel war echt gut. Also, muss man sagen. Curry, kein Druck, Mann. Kein Druck. Hey, Curry, kein Druck, ob du schaffst es. Ich habe eine Errungenschaft freigeschaltet. Begeistert. Wow. Warte mal kurz. Ja, ja, ja. Warum haben wir das eigentlich nie als Folgentitel wahrgenommen? Begeistert? Wir sind alle begeistert. Achso, weiß ich nicht. Puh. Sehr gut. Der muss doch denken, du bist schon weit weg. Wie lange der braucht, um hierher zu kommen. Guck mal, da ist so eine kleine Blume drauf gemalt auf dem Baum. Mit einem Kleeblatt oder so. Oh, 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 oh. Der kann doch nicht wissen, wo du bist. Der hat keine Perks, ne? Nein. Nee, das kann ich nicht sagen. Der macht das gerade kaputt. Wir gucken gleich mal, wo die Luke ist. Also, wir müssen jetzt gucken. Der macht sich jetzt wieder unsichtbar. Das heißt aber nicht, dass er weg ist. Das ist halt das Problem. Nee. Du könntest einen Baum nach vorne gehen. Oh, fuck. Das klingt aber nicht so nah dran. Der macht, glaube ich, erstmal alle Dingens kaputt, ne? Ja, aber der hat sich jetzt unsichtbar gemacht. Irgendwie dieses... Kommt. So unsichtbar. Aber wir können ja mit drauf achten, wenn wir den irgendwo sehen, wie er sich bewegt. Vorsicht mit den Kränen, ne? Manche achten darauf. Wie können die nur? Ich krieg das nie gebacken als Killer. Ich achte nie auf Kränen oder Geräusche auf diese kleinen Blume. To be was a better than one. Boah. Okay, diese Dinger nicht benutzen, weil das wird manchmal auch gesehen. Oh, come on. Ja, ja, ja. Ich höre keine Klappe. Oh, fuck. Vorsicht. Oh, fuck. Oh, oh. Oh. Warte, warte, warte. Guck mal vor dich vielleicht. Beim Haus eher. Alter. Komischerweise suchen Killer oftmals eher Häuser ab. Vielleicht wegen der Klappe. Vielleicht sucht er auch gerade die Klappe. Mhm. Clapsgiving. Wenn du jetzt noch einen Generator machen würdest, ne? Ja. Dann wäre er gezwungen, beide Ausgänge... Oh, warte, warte, warte. Beide Ausgänge und noch Dinge zu bewachen. Oh, nein. Oh, nein. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ja. Wie krass. Der Curry ist eins geworden mit den Reifen. Warte, 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 warte. Oh, Gott. Der ist hier noch. Alter. Alter. Es ist gut, wenn die Überlebenden noch checken könnten. War das für mich so ablenken. Nee, hier also die eine, die Überlebenden, die Toten, die Überlebenden. Ja. Also die nicht Überlebenden. Die Zombie. Die toten Überlebenden. Die überlebenden Toten. Wie war das heute? Heute, äh, es folgt folglich folgende Folge. Mhm. War noch irgendwo ein Generator? Oder willst du zur Luke? Ich suche eigentlich die Luke, aber ich suche auch gleichzeitig einen Generator. Folgenderweise folgt folglich folgende Folge. Kann man das auch noch machen? Warte, warte. Ich bin gerade überhaupt nicht bei dir. Nicht böse sein. Ich gucke hier gerade nach Generatoren und sowas. Ja, du sitzt echt weit weg. Ja, ja, aber es ist gerade so spannend. Ja, ich gucke da auch mit. Ja, aber du bist nicht so konzentriert. Ich bin sowas von konzentriert. Bin sehr entspannt gerade. Da hinten ist ein Generator. Ja. Das Ding ist, der wird wahrscheinlich alle Generatoren ablaufen. Ja, ich gucke ja nach der Luke. Ja. Wenn ich er wäre, würde ich das machen. Da hinten war er gerade. Ja, ich seh's. Ich seh's, ich seh's. Oh, jetzt habe ich ihn auch gesehen. Ganz klein, warte. Da, ja. Ja, ja, ja. Der guckt bei den Generatoren. Und jetzt macht er sich unsichtbar. Der kommt in deine Richtung. Der kommt in deine Richtung. Oh, scheiße. Und jetzt wird er sich provozieren, glaube ich. Oh, dieses kleine Loch hier. Aber es spielt echt gut. Er will dich rauslocken. Was soll er machen? Ich glaube, da ist die Luke. Ja, es könnte sogar sein. Scheiße. Ja, die Frage ist, kann man ihm vertrauen? Das weiß ich nicht. Nee, der will mich nicht. Der will mich schon töten. Das ist schon klar. Denke ich. Da ist er. Da schleicht er rum. Okay. Der würde die anderen Generatoren jetzt auch mal checken, oder? Würde ich vermuten. Aber die Frage ist, wie viele Generatoren sind denn da noch? Oh, shit. Ich glaube, drei müssten es noch sein, oder? Wo ist der denn? Du mit deinem weißen Freizeithemd. Die Folge ist da sogar ziemlich aktuell gerade, ne? Wir nehmen die ja ganz ziemlich aktuell auf. Ja, die ist für morgen. Also, wenn die heute rauskommt, haben wir das gestern aufgenommen quasi. Ja. Okay, eigentlich müsste ich warten, bis er herkommt, und dann eben checkt, und dann wieder weggeht. Hm. Ja. Nur, das ist sehr riskant. Okay, Luke und... ...meinen Generator. Fuck. Ich glaube, er hat sich unsichtbar gemacht. Er hat sich unsichtbar gemacht. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Fuck, du Assi. Boah. Das ist... Der ist schon ein Drecksack auch. Curry, mach dein Spielchen. Mach dein dreckiges Spielchen. Ja, warte mal. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Du kannst da nicht zurück. Du kannst da dreckiges Spielchenchen. Ah, nein! Das ist die Luke! Die Luke! Nein, 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 nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Curry, 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 Curry! 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 Ja! Ja! Oh, Gott! Oh, Gott! Oh, Gott! Oh, Gott! Oh, Gott! Alter! Oh, Gott! Oh, Gott! Oh, Gott! Oh, Gott! Alter Schwede! Alter! Alter! Oh, Gott! Boah, der... Boah, der ist ja wussi. Alter Schwede! Boah, wie krass! So. So. Oh! Puh! Guter Spieler! Also, auf jeden Fall. Guter Geist! Guter Geist! Guter Geist! Guter Gott! Der hat immer einen Perk gehabt, ey! Boah! Well Played! Ah, Well Played! Ich wollte gerade sagen, was heißt immer WP? WP ist Wallpaper. Oder Wordpress. Ey, geiles... Geiles Wallpaper! So, ich geh mal... Ich mach mal hier Upgrade direkt, damit ich nicht... Boah, Mann! Nur 6000 Punkte! Ich hab voll abgelost! Boah, ey! Das war... Da hat der tatsächlich bei der Luke gecamt die ganze Zeit, ne? Ja! Drecksau! Yeah! Aber ich hab die jetzt grad überhaupt nicht gehört! Nee, die war... ne? Hat keinen Ton gemacht! Ich hab die überhaupt nicht gehört! Also, das war schon knapp, du! Boah, geil! Boah, war echt cool! Ja, das war cool! Pfff... Echt! Wchte einer dazu! Wie... Holy Lord! lese doch mal was vor! Ich seh nichts bei dir. Ich kann nix wählen, deinn Perk schla... äh... Nein! Ich hab hier den Sprintboost von mir... äh, wieder! Aber als sehr seltenen Perk! Und natürlich will ich den haben! jetzt bin ich noch überlegen, wie ich den vorhinein doch 1, 2, 3, so mach ich's so, hatte ich den hier auch als Perk irgendwie? ich muss dringend ein Level aufsteigen dann krieg ich einen zweiten Perk ok, beim nächsten Mal kann ich den nehmen ich habe aber auch matter Schlüssel sehr seltenes Item kann benutzt werden, um schwarze Schlösser zu öffnen ach so, hab ich den auch? ich weiß nicht, ist lila bei mir als Perk? äh, dieses schwarze Schlösser Ding das ist ja für die Luke, ne? ja, ich hab gebrochener Schlüssel den hab ich auch, ne, matter Schlüssel hab ich Lorenzo Schlüssel, oder was? Matterhorn? ich hab den Matter Schlüssel, den Matten den Matten Schlüssel ja, das hab ich ja auch Matter Schlüssel Matterhorn Schlüssel, ha oh ja, mal ganz kurz, Sprint Boost ja, das will ich auf jeden Fall haben, aber ich will erstmal die Vorwarnung behalten, aber ich kann dir sagen Adrenalin ist ein sehr geiler Perk immer noch ja Adrenalin, Adrenalin, Adrenalin das ist der, wo ich sofort geheilt werde und den, äh, Sprint Boost hab wenn die Tore offen sind, was wir heute jetzt noch nicht geschafft haben weil ich mir gerade dachte, hä, hat man das schon? okay, hast du Sprint Boost auf 1 oder auf 2? äh, ich habe äh, ach so, guck mal, hier ist, ja stimmt ja hier sind ja so Sachen äh, also meinst du dieses, dieses Zeichen, was daneben ist? ja, die hat ein Häkchen daneben äh, also da ist ein, so ein Strich okay, dann hast du Level 1 quasi 150% deiner normalen 3 Sekunden, 60 Sekunden genau, genau, genau und der andere ist ein sehr seltener Perk, das ist lila und den will ich natürlich, den krieg ich aber auch gleich okay, ich hab den lilanen jetzt Vorwarnung sehr seltener Perk mit 2 Strichen ich hab den kalten Rückenschauer mit 3 Strichen wuuuuh, aber den hab ich schon länger aber den hab ich schon länger den hab ich schon immer so länger ja, ich glaub der blinkt immer auf wenn ich dann in die Richtung des Killers gucke im, um, um, im Kreis von 36 Metern ja, das hab ich gerade gesehen hm, ja, Sprintboost hätte ich gerne noch ich hätte gerne alle Perks ich will die alle aktivieren das wär schön, aber leider, naja ach so, die Folge ist schon zu Ende ja, oh mein Fuß juckt so krass einfach diese, 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 diese Survive with Francis macht mich fertig ja, also heute war auch also, für mich war es ein bisschen entspannter war dann erst noch ne, relativ früh tot, danach auch ja, also für mich war es heute sehr übersichtlich ja, aber ich hab am Ende mitgelebt du glaubst, die werden einfach versichten einfach auf deinem Kanal damit ja, 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 ja ja, dann, hm? ich bin heute wieder der Ersatz-Tobi ich hab auch, machst du gerade den Ersatz-Tobi? denk an das GIFT ey Curry, ey Curry, ey Curry ich hasse die, ey Curry, ich hasse die die Lippe, die Lippe hängt immer so runter ha, 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 ha also, äh ja, stimmt geil in Klebe stinken alle nach Lachs ha, 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 ha ha, ha, ha Tobi lass diese Folge niemals sehen ähm, okay, ähm, dann Ende und direkt weitermachen ja, ich will nur kurz um die Toilette gehen aber dann können wir gerne weiter mach das doch jetzt noch während der Aufnahme und dann machen wir das Ende das wär doch super ich bin wieder da so, bin wieder da, tschüss so, Freunde, das war für heute Dead by Daylight da hab ich ja, also Curry hat immerhin, ne der Curry hat immerhin da auch noch rausgerissen der Curry hat, ja es war sehr knapp aber ehrlich, die Nurse in der ersten Runde die war fantastisch und sehr krass, Alter ich find's aber, ich muss immer noch sagen mal ganz kurz aufklären, äh, man hat ja immer manchmal wenig, immer aus der Kommentare äh, ihr seid schon Level 17 und immer noch so schlecht dass man, das eigentlich, weiß das ja jeder aber einige halt nicht dass wir wirklich nur für die Aufnahmen spielen und dazwischen meistens auch so zwei Wochen oder so Pause ist und wir dazwischen in den zwei Wochen natürlich privat leben, bla bla, ne und auch ganz viel, äh, anderes Zeug und ganz viel andere Spiele vor allen Dingen noch aufnehmen und was, was, was eigentlich nicht verstanden wird was wir immer wieder mal sagen müssen ich glaub wir müssen so einen Timer setzen alle fünf bis zehn Folgen müssen wir sagen wir spielen das zusammen weil wir Spaß daran haben Ja das ist für uns keine Olympiade ne, auch nicht mit den Rängen ich brauch keinen Rang hier wieso, was bringt der mir wieso sollte ich Spaß das Spiel heißt nicht Dead by Paralympics sondern das Spiel heißt auch Dead by Daylight und das Spiel heißt ja auch Spaß so ja und die Leute haben aber auch Spaß natürlich beim Zusehen und das ist ja das Wichtigste und deswegen ne, die hassen uns alle das ist anstrengend ja, pure voll ich gucke nur zu ich gucke nur zu ich gucke nur zu jeder Einzelne gucke nur zu wegen Selbsthass oh oh man nein 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 wir hoffen wir können euch schön ablenken weiterhin ok, dann ablenken wir hoffen wir können euch schön ablenken weiterhin ich hoffe wir können euch schön ablenken weiterhin mit der Zunge mit der Hunde Zunge oder so ne Kuh Zunge oder so ne Katzen Zunge oder so ne Katzen Zunge die sind raue so krrrr krrrr die sieht immer voll gruselig aus mh ja oder wo du da leckst einmal quer über das Gesicht und das Gesicht hängt auch so ne Zunge so die Haut einfach wie ein Kettensägentyp das ist aus so der Krankenschwester passiert die war halt so ne wie wir aus den Simpsons die Katzenfrau die war Katzen wir ja ja ok tschüss 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 danke fürs zuschauen tschüss tschüss